Die Devise lautet, gute Vorbereitung ist entscheidend. Darum kümmern sich in Deutschland nicht nur das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sondern vor allem die Behörden vor Ort, sowie die Betreiber kritischer Infrastrukturen, kurz Kritis. Ob Stromausfall oder Hochwasser, diese Akteure sind mit ihrem eigenen Risiko- und Krisenmanagement gut aufgestellt. Doch um gemeinsam zuverlässig zum Wohle der Bevölkerung zu handeln, ist gegenseitige Unterstützung gefragt. Schließlich geht zusammen alles besser. Was versetzt Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen in die Lage, Krisen und Katastrophen bestmöglich gemeinsam zu bewältigen? Eine systematische Vernetzung. Dabei können Sie vom sogenannten integrierten Risiko-Management profitieren. Kontinuierlicher Austausch und Kooperation werden im integrierten Risiko-Management großgeschrieben und das bereits vor möglichen Krisenfällen. Der Austausch erfolgt an verschiedenen Schnittstellen im Risiko-Management. Dazu zählen Vorplanung, Risikoanalyse und Risikobewertung sowie Notfallplanung. Wie kann das Ganze in der Praxis konkret aussehen? Am runden Tisch diskutieren verschiedene Akteure, zum Beispiel Feuerwehr, Wasserversorger, Gesundheitsamt und Umweltamt und besprechen ein ausgewähltes Szenario, den Ausfall der Trinkwasserversorgung. Neben dem Austausch sowie Einblicken in unterschiedliche Vorsorgemaßnahmen der Akteure können im integrierten Risiko-Management wichtige Fragen beantwortet werden. Um welche Szenarien müssen wir uns gemeinsam kümmern? Wer muss in die Planungen mit einbezogen werden? Wie können wir voneinander profitieren? Im Szenario Ausfall der Trinkwasserversorgung kann der Wasserversorger beispielsweise Auskunft darüber erteilen, welche Teile des Versorgungsgebietes von einem Ausfall betroffen wären. Auf dieser Grundlage entwickeln Feuerwehr und das Gesundheitsamt Lösungen, wie die Bevölkerung und kritische Infrastrukturen in diesem Fall weiterhin mit Trinkwasser versorgt werden können. So können sich ganz automatisch Synergieeffekte ergeben, beispielsweise dann, wenn die Feuerwehr und der Wasserversorger ihre Notfallplanung anpassen und Vereinbarungen zum Transport von Trinkwasser treffen. Das integrierte Risiko-Management schafft somit nicht nur mehr Verständnis füreinander, sondern bietet auch eine strukturierte Vorgehensweise, um den Austausch relevanter Informationen im Risiko-Management sicherzustellen. Dabei ist es egal, ob Behörden oder Betreiber kritischer Infrastrukturen den ersten Schritt in Richtung Kooperation machen. Entscheidend sind die Verknüpfung der verschiedenen Perspektiven sowie die Zusammenarbeit. Seien sie gemeinsam besser aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter bbk.bund.de Der zweite Schritt in Richtung Kooperation Die Zuschauer werden aufgestellt. Vielen Dank.